altruismus die selbstlosigkeit braucht balance altruismus ist ja ein wert wir haben mal ein audio gemacht über tugenden und eine tugend ist sicherlich auch der altruismus das heißt ich gebe lieber als ständig zu nehmen oder mir immer wieder zu nehmen oder mich zu nähren und mich im egoistischen im egozentrischen im narzisstischen sinne zu nähren und zu bereichern weil ich ja so arm bin eigentlich weil ich mich arm fühle weil ich mich nicht ich fühle wertlos fühle und deswegen muss ich etwas in mir anhäufen und dann nehme ich lieber als geben aber der wert und in sehr unterschiedlichen kulturen in spiritualitäten und auch religionen und überhaupt auch in systemen auch in der philosophie ist letztendlich der altruismus gebe etwas in die welt gebe etwas von dir in die welt hinein sei hilfreich kümmere dich um andere menschen teile das was du hast an materiellen gütern altruistisch widmen dich den anderen menschen wie oft hatte ich schon klienten auch ich nenne sie mal klienten jetzt oder patienten die sich immer wieder um sich gedreht haben psychisch um sich um ihre störung und die sich darin geradezu gesund haben ihre störung zu haben und damit hatten sie natürlich einen krankheitsgewinn ja ich bin borderlinerin weil und da und da und da und das ist so typisch eben für meine störung und ich habe ja in der kindheit das erlebt und mein vater war ja so ein böser und so weiter und so weiter und dann haben sich immer wieder darin gedreht und irgendwann mal kam ich auf die idee und dachte hey weißt du was du brauchst du musst dich anderen menschen widmen du musst dich in andere menschen einfühlen und einfühlen heißt nur dass du im fühlbewusstsein bist im spürbewusstsein und nicht kritisierst und kritizistisch mit dem umgehst und analysen machst und groß herrlich daher kommst um dich dann abzugrenzen von dem menschen sondern einfach nur einfühlen der letzte penner der da am rand steht irgendwo einfühlen ein kind im kindergarten einfühlen die großmutter die das und das macht nur einfühlen also von sich selbst aus sich selbst heraus zu kommen in die welt hinein und der welt zur verfügung stehen und im extremfall sagen so ich bin jetzt vollkommen unwichtig ich in meinen persönlichen bedürfnissen bin vollkommen unwichtig und ich werde glücklich dadurch dass ich altruistisch den menschen etwas gebe und für sie da bin und zur verfügung stehe und zum beispiel zuhöre oder in ein essen koche oder mit ihnen spazieren gehe und so weiter und so weiter oder eben in diesem mitgefühl bin das heißt ich kann durch die ganze welt reisen und durch die ganze welt durchgehen in diesem altruismus bin nur in der welt und ich bin selber gerade so mal in der befriedigung meiner grundbedürfnisse die ich als mann als frau habe und dadurch dass ich so offen bin und gebe wird mir natürlich wiederum viel gegeben die menschen sind glücklich darüber dass ich mich ihnen zuwende in kalkutta mutter therese als beispiel die menschen freuen sich drüber die laden mich ein zu einem essen sie geben mir eine übernachtung und all das und so bist du dann als jesus von nazareth oder als jesus von nazareth unterwegs nur als beispiel oder der buddha oder egal welche spiritualität und bist in dem sinne altruistisch du bist in der welt und du bist in der welt verankert und du gibst etwas von dir wie gesagt ein gespräch deine anwesenheit eine präsenz das geld das du hast egal nicht in dem sinne und das ist jetzt natürlich die balance oder die die kunst des altruismus in in der natürlich in der grenzhaftigkeit du musst dich nicht vollkommen hergeben und ausziehen und dich belästigen lassen und vielleicht beschimpfen lassen von den menschen oder was viele menschen auch drauf haben die ein bedürfnis haben sie sind selber egozentrisch weil sie selber eben nicht altruistisch sind und wenn ich auf so jemanden dann stoße der selbst nicht mehr einigermaßen altruistische haltung hat dann besteht natürlich die gefahr dass mich diese person aussaugt und dass ich mich ausgebeutet fühle von diesen menschen das ist sehr wichtig dass man das erkennen kann wer von denjenigen zu denen ich altruistisch bin ist es auch in einem bestimmten maß und wer ist es nicht und bei denjenigen die es nicht sind und zwar egal ob emotional materiell oder sonst wie ziehe ich dann sehr schnelle grenzen denen muss ich mich nicht hinwenden weil die ja selber egoistisch sind oder egozentrisch sind nicht oder narzisstisch sind und all das weil das ja selber menschen sind die raffgeirig sind die alles in sich aufsaugen aber selber diesen altruismus nicht haben für dir das ganz wichtig dass du das schnell durchblickst dass du schnell merkst es wird einseitig der mensch will immer wieder das gleiche von dir das gleiche von dir und das gleiche von dir anstatt eben selber anderen menschen auch etwas zu geben das heißt wenn wir daraus können wir schließen wenn wir als menschen als größere gruppe als gruppe vielleicht als volk als egal als kultur als menschen immer das auch alle drauf hätten und das ist ja der sinn des altruismus und deswegen wurde auch so gelehrt und verbreitet dass alle menschen altruistisch sind dass alle menschen selbst los sind in dem sinne dann wäre da ein einigermaßen vorhandener ausgleich da also um das noch mal zu betonen der altruismus macht uns glücklich also selber etwas herzugeben das kann jeder bestätigen der das je gemacht hat oder tut macht einen glücklich zu sehen ich gebe jemand anderen etwas und der wird dadurch glücklich egal ob ich ihm gerade das alphabet beibringe oder spreche oder was auch immer macht mich selber auch glücklich und zufrieden weil ich etwas von mir gegeben habe und damit losgelassen habe wenn ich aber sehe dass diejenigen zum wiederholten und aber wiederholten male immer wieder auf mich zukommen dann muss ich wie jesus sein und sagen dann ich nehme jetzt gerade mal diesen spruch steh auf heil dich selber nimm dein bett in die hand und hau ab so genau diese handlung oder beim buddha anders oder in anderen religionen glücklicherweise auch immer wieder ganz ähnlich das wäre dann einseitig die selbstlosigkeit braucht also von deiner seite her die klare erkenntnis und das klare eingeständnis dass deine selbstlosigkeit nicht zum selbstläufer wird und diejenigen dann nur noch dich nehmen und nehmen und sagen ach guck mal die magda oder der mara oder der hans die mit denen kann ich das bequem machen das ist mein haus mädchen und ich bin hier die gutsherrin so und mit dem haus mädchen kann ich alles machen oder mit dem diener dem butler dann sind wir sehr schnell in solchen rudimentären geschichten wie grafschaft fürst gott weiß das also in diesem in diesen traditionellen mustern gefangen einfach auch in diesen hierarchie mustern wo da ein herrscher hat eine herrscherin ist eine königin ist und das also im adel quasi in so alten begriff von adel und das haben wir ja heutzutage genauso nur eben verbesserter und davon gibt es eine menge menschen und das ist es natürlich nicht sondern altruismus ist alle sind offenherzig und alle widmen sich der welt und sich der welt widmen bedeutet ja ich gebe mich in die welt das heißt ich trage den beitrag dazu bei ich trage meinen beitrag bei um der welt etwas zu geben etwas bereichernd zu zu geben die welt wird dadurch reicher aber natürlich nicht in dem sinne dass ich ausgesogen werde und ausgezogen werde und missbraucht werde und all das sondern in dem sinne dass es jemand dann hilfreich annimmt zu dem was er braucht um weiter zu gucken wie sie oder er dann der welt wiederum etwas gibt und wenn wir uns alle etwas geben und ausgleichen dann ist die welt offen dann ist sie bereit dann ist sie kooperativ dann ist das ein tatsächliches miteinander ein austausch und dann und erst dann kann es wirklich funktionieren wenn es aber nur diesen einseitigen altruismus gibt der von den nazisten oder die nazistisch gesteuerten menschen oder den den einseitig strategischen ich nutze mir die welt aus genommen dann ist nichts gewonnen und davon gibt es eine menge menschen es gibt eine menge menschen die egoistisch sind altruistisch sind und denen bei denen ich den eindruck habe denen muss ich ganz klar diese grenze zeigen und diese grenze auch mitteilen und auch sehr schroff mitteilen wenn es sein muss dass das ganz eindeutig ist also unser egoistisches unser egozentrisches potenzial verlieren wir wenn alle miteinander übereinander diesen altruismus haben und selbstloser sind und erst das um das nochmal zu unterstreichen ist mir wichtig mach dich wirklich glücklich es macht dich nicht glücklich wenn du nur stets deine geschenke die du bekommst anhäufst und noch eins bekommst und am nächsten tag noch was und noch was und du das alles irgendwo für dich aufbewahrst nur für dich aufbewahrst und dir das immer wieder anguckst oder deine keller füllst und deine häuser füllst und all das es macht dich nicht glücklich es macht dich nicht glücklich ein drittes auto zu haben ein viertes fünftes fahrrad zu haben was heute oft schon der fall ist ja oder den fünften anzug da drin der relativ teuer war der in deinem schrank hängt es macht einen nicht glücklich das geben macht einen glücklicher das ist interessant probier das mal aus wenn du etwas gibst und du siehst derjenige freut sich drum oder du hast es einfach nur losgelassen indem du es auf der Straße abgelegt hast das ja heute wirklich eine gute Möglichkeit ist dann macht dich das glücklich ja oder wenn du hilfreich sein konntest und sagst mein Gott er hat eine Wohnung gesucht und dem habe ich vorübergehend mal eine Ferienwohnung vermittelt damit er da eine Unterkunft hat für zwei drei Monate bevor er wirklich eine Wohnung in diesem katastrophalen unmenschlichen Vermietungsmarkt findet dann war das ganz wertvoll und das wird ganz klar wieder auf dich zurückfallen im positiven Sinne wenn du etwas gegeben hast dann wird das für dein weiteres Leben von Vorteil sein und über das weitere Leben hinaus weil da etwas miteinander ist und sich austauscht und die Dinge und die Menschen miteinander permeabel sind verstoffwechselt quasi wenn wir es biologischer sehen aber du musst natürlich sehen das muss adäquat sein das Gegenüber wenn da ein Loch ist in dem Sinne ein schwarzes Loch das nur schluckt, schluckt, schluckt dann ist es nicht dann ist dein Altruismus falsch gestrickt dann wird der einseitig benutzt und dann bist du auch in dem Sinne nicht mehr altruistisch denn der Altruist die Altruistin ist in dem Sinne immer im Austausch geben und nehmen geben und nehmen und das ist das eigentliche was in unserem Leben zählt so wie Nähe und Distanz ich bin für mich alleine und ich muss immer wieder für mich alleine sein und bin dadurch auf der anderen Seite bin ich ein geselliger Mensch diese Balance ist oft etwas sehr entscheidendes Altruismus Selbstlosigkeit braucht Balance einfach nur davon aus oder haben wir noch ganz das ist sehr Vielen Dank.